Tja, wir sind im Phantasialand. Reichser Regen hat eingeriss. Wir nehmen euch mal mit, laufen mal so ein bisschen Richtung Colorado, Richtung Scheinertown. Wir haben die richtige Garderobe. So, dann gucken wir doch mal, was der Regen so macht. Wir haben die richtige Garderobe. So, dann gucken wir doch mal, was der Regen. Wir sind im Phantasialand. Wir haben die richtige Garderobe. Wir haben die richtige Gäste. Wir haben die richtige Garderobe. Tja, aktuell fährt auch noch nicht mal Colorado Adventure, was ich weiß fährt die Bahn eigentlich bei jedem Wetter, aber jetzt anscheinend dann doch nicht. Ist jetzt hier quasi River Quest to go oder Chiapas to go. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020